Stellen Sie sich ein Haus vor, das sich wie die Sonnenblumen nach der Sonne ausrichtet? Diese Unternehmer aus Malaga haben ein System patentiert, das diese ästhetisch interessante und nachhaltige Funktion ermöglicht. So kann die Sonnenenergie maximal genutzt werden, zum Beispiel, um die optimale Temperatur zu erhalten. Es gibt diverse Drehungen, man kann das Haus der Sonne folgen lassen oder in einem Raum einen bestimmten Ausblick programmieren. Die Rotation kann auch manuell hergestellt werden und all das mithilfe einer App. Die höchste Geschwindigkeit liegt bei 15 Minuten pro Umdrehung. Diese Architekten haben einige drehbare Haustypen entworfen, bieten aber auch eine rotierende Unterplatte für flexible Designs. Im Augenblick zeigten sich vor allem nördliche Länder mit wenigen Sonnenstunden interessiert an dem Projekt, darunter Skandinavien und auch Deutschland.